Herzlich willkommen, guckte Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Das Wochenende war auch wundervoll für euch, das hoffe ich natürlich. Aber wir haben Freitag im Livestream eine richtige Skandalmeldung bekommen gehabt. Ich habe mich ja bis jetzt noch nicht wirklich mit Quant im tiefsten Detail beschäftigt. Ich habe mir angeguckt, was Quant macht, was für Partner sie haben und in welche Richtung sie gehen. Und das hat mich einfach umgehauen gehabt. Doch jetzt, wie ihr schon in der Thumbnail gesehen habt, gibt es einen riesen Skandal darum. Denn 9 Millionen Quant werden von Quant selbst gehalten. Und das ist ja wohl ein riesen Skandal. Diese Informationen, die haben wir anhand einer Donation im Livestream am Freitag bekommen. Und wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mal kurz damit. Und ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, das ist ein Witz. Es gibt natürlich überhaupt keinen Skandal. Ich wundere mich immer wieder, warum Leute nicht recherchieren. Es hat ganze zwei Minuten gedauert. Ganze zwei Minuten, um herauszufinden, dass da nichts dran ist. Zwei Minuten. Man hätte es einfach nur kurz googeln müssen. Ich verstehe nicht, genau so entsteht FOT. Wisst ihr? Fehle Informationen, falsche Informationen, worauf viele dann eventuell ihre Entscheidungen basieren. Man hätte einfach nur mal kurz googeln können. In der Zeit, in der diese Person diese Donation rausgehauen hat. Mit, oh ey, 9 Millionen Quants werden selber gehalten von Quant selbst. In der Zeit hätte er das googeln können und hätte es selber rausgefunden. Aber nichtsdestotrotz, falls es noch viele, viele gibt, die das noch nicht getan haben oder die noch nicht wissen, wie man Google benutzt, zeigen wir euch jetzt nochmal, was wir da gefunden haben. Okay Leute, gucken wir uns das mal an. Okay, schaut euch das mal an. Skandalös. Auf Etherscan sehen wir hier, die größte Wallet ist die Wallet hier, die von Quant gehalten wird. Und schaut euch das mal an. Es sind 9,549741 Millionen Quants, die hier gehalten werden. Und sie machen 21% des gesamten Volumens aus. Aber wartet mal, 21%? Das ist doch eine Fehlinformation. Jetzt lügen die also schon wieder. Wenn wir auf CoinMarketCap gehen, sehen wir, dass der Maximum Supply, das heißt die maximale Anzahl an Quant-Token, die im Umlauf sein können, 14 Millionen beträgt. Und jetzt verschönern die das auch noch? 9,5 Millionen von 14 Millionen sind 65%. Jetzt haben sie das Ganze auch noch verschönert hier. Das ist doch skandalös. Das ist doch skandalös. Und die haben ihren Hals hier auch noch nicht vorgekriegt. Und das Quant-Team hält hier auch in der zweiten Wallet über eine Million Quant. Und wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir, dass es nicht nur ein Wallet gibt von Quant, sondern, wie man schon gesehen hat, Quant Wallet 2 war das. Bei Quant Wallet 1 sind immerhin noch 74.000 Quant drin. Das ist doch irgendwo, das ist doch irgendwie skandalös. Aber Leute, das ist bemessen, diese 21% auf den ursprünglichen Supply von 45 Millionen. Und das sind Sachen, die kann man nachlesen. Wir haben, wie gesagt, für das Video habe ich jetzt ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde gebraucht, damit ich das so zusammensetze, damit das hier auch Sinn ergibt. Und wenn wir uns angucken, wann haben sie das transferiert? Es wurde am 14. September 2018. Wurden diese 9,5 Millionen Quants transferiert auf eine Wallet und haben sich seit da und dort nicht rausbewegt. Können sie auch gar nicht, das ist auch unmöglich. Warum, das erkläre ich euch gleich. Wie wir hier gesehen haben, haben wir schon in der Zirkulation 12 Millionen Quants. Und es wird hier noch in den weiteren Tabs, die ich euch gleich zeige, erklärt, was da genau hinter steckt. Aber was ich traurig fand und was ich als riesen Kritikpunkt hier empfinde, ist, dass da null Informationen dazu auf der Quant-Seite sind, auf der offiziellen Quant-Seite. Das Design übrigens gefällt mir sehr, wunderschön gemacht und schwarz-weiß gehalten. Finde ich edel, gefällt mir sehr, was sie hier gemacht haben. Sehr schlicht, ich mag das sehr, aber keine Informationen dazu. Ich konnte hier nach langer Suche auf der Webseite nicht mal eine White Paper finden. Die White Paper musste ich hier einfach googeln und dann habe ich was gefunden dazu. Aber es ist halt ein Kritikpunkt von meiner Seite, finde ich schade. Man findet aber hier Artikel, wo eindeutig gesagt wird, das Team schloss ein Burn von 9,5 Millionen Quant ab, da der ICO zu diesem Zeitpunkt unter schwierigen Marktbedingungen nicht ausverkauft war und weniger Tokens geprägt wurden. Okay, es fand also ein Burn statt. Das heißt, diese 9,5 Millionen wurden geburned. Aber wenn sie verbrannt worden sind, warum können wir das hier immer noch als die größte Wallet-Adresse bei Etherscan sehen? Das liegt daran, dass kein klassischer Burn durchgeführt worden ist, sondern eine andere Methode. Das ist der Stand 2018 hier, September 21, September 2018, wo dieser Artikel von Quant rauskam. Damals hatte das Quant-Team bzw. Quant 4 Millionen Quants in ihrem Besitz. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das ist. Wir haben ja gesehen, dass wir hier eine Wallet sehen. Die größte Wallet von Quant, die liegt bei einer Million. Ich denke mal, die haben einiges schon ausgegeben gehabt für Forschung und Entwicklung. Da habe ich mich jetzt nicht so tief im Detail mit beschäftigt, aber diese 4 Millionen sind auch schon weg. So, gucken wir uns das mal an. Lesen wir uns mal diesen Bereich kurz durch und dann wird hier auch komplett aufgeklärt, worum es hier eigentlich geht. We understand the most popular method to burn tokens is to send them to the Genesis block. However, this is not really a burn. It is transferring tokens to an address, which we know nothing about, and someone may hold its private keys. Also, die sagen hier, diesen Burn von Tokens, wie man sie kennt, ist, wenn man sie zum Genesis block schickt. Und das ist kein richtiger Burn, sondern die Coins werden auf eine Adresse transferiert, von der wir nichts wissen. Und wir wissen auch nicht, ob die Möglichkeit besteht, dass jemand die private keys davon hält, das heißt, die Schlüssel besitzt, um dort dran zu kommen. We don't trust or accept this approach. Also, wir vertrauen und wir akzeptieren diese Herangehensweise nicht. We don't know who has access to the Genesis block today, but someone could in future. Wir wissen nicht, wer Zugang zu diesem Genesis block hat, aber jemand könnte in Zukunft Zugang dazu bekommen. Weiß man halt nicht und das ist denen halt zu unsicher. From our cybersecurity background and experience, the best way to burn tokens is to permanently make them unusable and unaccessible. Also, nach Ihrem cybersecurity background und Erfahrung, was Sie haben, ist die beste Art, ein Token zu verbrennen, indem Sie sie permanent unnutzbar und unzugänglich machen. Um das zu tun, um das zu bewerkstelligen, schicken Sie die Quants, die geburned werden sollen, direkt an eine Smart Contract Adresse. Und die ist keine Wallet. Und da Sie es zu einem Smart Contract Adresse schicken, ist das permanent. Das heißt, es ist nicht nur eine einmalige Sache und das war es dann und dann hat man auf einmal Zugriff drauf. Es ist eine permanente Geschichte. No one has access to the tokens or the smart contract now or in the future. Niemand hat Zugang zu diesem Smart Contract. Nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Not even us. Nicht mal wir selbst. The burned Quant Tokens are now completely irretrievable, unusable and permanently lost forever. It is the most transparent and secure way to burn tokens. Also hier wird nochmal bestätigt, dass die verbrannten Quant Tokens nun komplett unwiederbringlich, unnutzbar und permanent verloren sind. Und das ist die transparenteste und sicherste Art und Weise, Tokens zu verbrennen. Und dann haben Sie hier auch noch eine Verlinkung drauf, wann das genau stattgefunden hat und wie. Genau mit der Anzahl und welche Adresse es geschickt worden ist mit der Token Anzahl. Und das war es. Das hier heißt also nicht, dass Quant selbst der größte Besitzer dieser Token ist. Das sind verbrannte Token. Da hat niemand Zugriff drauf und wird auch niemand jemals wieder Zugriff drauf haben können. Diese Tokens sind komplett unnutzbar. Nichtsdestotrotz hält Quant hier, das ist eigentlich die größte Wallet, Quant selbst hält noch eine Million Token. Und die werden Sie nutzen auch und Schritt für Schritt in das Ecosystem hinein distributen. Okay Leute. Mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt diesen Tag noch. Wir sehen uns heute Abend noch im Livestream. Und Crypto Heroes out, Leute.